Hallo und herzlich willkommen zur dritten Woche. In dieser Woche kümmern wir uns um das berühmt-berüchtigte Lampenfieber. Jeder hat es und keiner will es. Wobei dies nicht ganz stimmt. Der berühmte Schauspieler Maximilian Schell hat mal in einem Interview gesagt, dass er selbst jetzt noch im hohen Alter Lampenfieber hat. Und das haut er dann den Zuschauern mit dem ersten Satz, dem ersten Wort oder dem ersten Ton, wenn er etwas singt, um die Ohren. Und er meint, dass er das auch braucht. Lampenfieber ist Energie. Energie ist gut. Wenn diese Energie dafür sorgt, dass Sie nicht mehr klar denken können und dafür sorgt, dass Ihr Körper und Ihre Stimme zittert, dann ist diese Energie fehlgeleitet und nicht gut. Wenn Sie diese Energie nun positiv nutzen, dann ist es Präsenz. Lampenfieber bedeutet, dass Sie Respekt haben. Respekt davor, dass Sie die Kunden, die Kollegen, die Zuhörer mit Ihrem Beitrag nicht langweilen. Dieser Respekt ist gut. Und er ist wichtig. Energie ist, wie gesagt, auch gut und wichtig. Kämpfen Sie also nicht gegen das Lampenfieber an, sondern sorgen Sie dafür, dass Sie diese Energie in Präsenz umwandeln. Ich zeige Ihnen in dieser Woche einige Möglichkeiten, wie das geht. Jede einzelne für sich reicht vollkommen aus. Ich gebe Ihnen trotzdem mehrere Möglichkeiten, damit Sie die Auswahl haben. Denn nicht jede Übung ist für jeden geeignet. Wir starten leicht in den Montag mit einer der besten Übungen gegen Lampenfieber. Der Ausatmung. Wir haben uns diese schon einmal angesehen in der ersten Woche beim Thema Atmung. Aber nun nochmal in Hinsicht auf das Lampenfieber. Wenn Ihnen wirklich die Düse geht und Sie Todesangst haben, dann hilft Ihnen die Ausatmung sehr schnell und sehr zuverlässig. Übrigens meine ich das mit der Todesangst todernst. Das mag für einige lustig klingen, aber es gibt viele Menschen, die eine wahnsinnige Angst haben, vor anderen Leuten zu reden. Häufig vermeiden sie deswegen sogar eine Karrierestufe nach oben zu gehen, weil sie es dann eben nicht mehr vermeiden könnten. Intelligente Menschen bleiben häufig unter ihren Fähigkeiten und arbeiten in einer anspruchsloseren Position, weil sie nicht vor anderen Leuten reden möchten. Weder vor den Mitarbeitern noch vor den Kunden. Menschen, die das in Kauf nehmen, haben eine Todesangst bei diesen öffentlichen Reden. Aber keine Bange. Diese Todesangst wird sich am Ende dieser Woche in einen natürlichen und gesunden Respekt verwandelt haben. Wir atmen vor jeder Aufgabe ein. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Wenn Sie nun aber nur noch 10 Minuten Zeit haben, bis zu Ihrem Vortrag, Ihrer Präsentation oder dem wichtigen Konfliktgespräch, dann bereitet Ihr Kopf Sie 10 Minuten lang auf diese Aufgabe vor, indem Sie latent mehr einatmen als ausatmen. Sie bauen immer mehr Druck auf. Wie bei einem Schnellkochtopf. Und wenn der zu viel Druck hat, dann entweicht oben bei dem Ventil die Luft. Diesen Knopf kann die Köchin bewusst drücken oder er wird von alleine aktiviert. Und genau so machen Sie das auch. Wenn Sie noch außer Hörweite sind, dann atmen Sie bitte ganz lange auf F oder auf Sch laut aus. So lange, bis Sie gefühlt keine Luft mehr in den Lungenflügeln haben. Solange es geht, dann nur kurz einatmen. Wieder nur kurz einatmen. Und dann danach auf F bitte wieder die ganze Luft rauslassen. Das waren jetzt dreimal oder es wären dreimal gewesen, wenn Sie jetzt mitgemacht hätten. Das reicht in der Regel. So drei bis vier Mal. Solange es geht, ausatmen. Nur kurz einatmen und wieder ganz lange ausatmen. Dann sind Sie wieder klar im Kopf. Der Druck im Brustkorb lässt nach und das Zittern im Körper. Adrenalin haben Sie immer noch. Aber das ist ja auch gut. Wenn Sie nun schon in Hörweite sind, dann machen Sie diese Übung lautlos. Entweder durch den leicht geöffneten Mund oder durch die Nase, solange es geht, ausatmen. Nur kurz einatmen und wieder ganz lange ausatmen. Auch hier reichen drei bis vier Wiederholungen. Sie können das am Anfang eines wichtigen Gesprächs machen. Oder auch, wenn Sie bei einem Meeting mit einer Frage überrascht werden. Plustern Sie sich dann nicht vor lauter Schreck oder Ärger auf, wie das berühmte HB-Männchen, sondern machen Sie eine Pause, hören Sie dem Gegenüber zu und atmen Sie währenddessen aus. Ausatmung ist auch singen. Deswegen singe ich am Anfang meines Vortrages so gerne. Es macht mich ruhiger. Ich bin nämlich jedes Mal sehr aufgeregt, wenn ich einen Vortrag halten soll. Und wenn ich dann singe, dann geht dieser Druck aus meinem Körper raus. Ausatmung ist auch reden. Deswegen geht es uns ja häufig nach fünf Minuten besser, wenn wir erst einmal den Anfang der Kundenpräsentation gemeistert haben. Wenn Sie nun schon vor dem Vortrag mit dem Techniker hinter der Bühne über das Wetter reden oder mit den Kunden Smalltalk halten oder auf dem WC mit sich selbst ein Selbstgespräch führen, dann entspannt Sie das auch. Ausatmung ist auch Schreien. Das gehört aber eher in die Loopingbahn, wo wir mit Schreien den nötigen Druck rauslassen. Vor einer Präsentation würde ich das eher nicht empfehlen. Und Ausatmung ist auch Lachen. Wenn Sie also Ihre Aufregung mit Humor nehmen und sich über sich selbst schlapp lachen oder Ihr Publikum zum Lachen bringen und mit lachen, dann nimmt auch das viel Druck raus. Die Ausatmung ist beim Lampenfieber eine sichere Bank. Auf diese können Sie sich immer verlassen. Und damit Sie es nicht vergessen, können Sie sich diese Regieanweisung ja auf eine Karteikarte schreiben, wenn Sie welche dabei haben. Oder Sie schreiben sich Regieanweisungen in den Laptop oder auf den Blog, was auch immer Sie dabei haben. Es wäre schlau, wenn es dann niemand sehen würde. Mit Regieanweisungen meine ich, dass Sie neben den Themen, die Sie für sich aufschreiben, dann auch Ausatmung in einer bunten Farbe daneben setzen, damit Sie im entscheidenden Moment auch daran denken. Viel Spaß mit der Ausatmung und dem Adrenalin. Wir hören uns morgen wieder mit dem nächsten Tipp.